ZigBee ist eines jener Features, auf das ich wirklich schon lange warte und seit geraumer Zeit gibt es jetzt die ersten Beispiele im Arduino Core für den ESP32 und genau das werden wir uns jetzt gemeinsam ansehen. ZigBee-Unterstützung für den ESP32 ist in dem H2 und C6 implementiert und ich habe mir vor geraumer Zeit einmal das originale Modul von Espressif besorgt, das H2. Und das ist sehr hilfreich jetzt für dieses Beispiel, weil es genau auf dieses Board nämlich abgestimmt ist. Es geht natürlich auch ein C6 und ich verwende jetzt da von DF-Robot die 2 C6, um einmal zu testen, wie denn so jetzt die Integration aussieht. Das heißt, hier habe ich den Fire Beetle ESP32 C6 und hier der Beetle, die kleine Variante. Und die Idee ist jetzt, dass der H2 unser ZigBee-Koordinator ist, das heißt von da aus schicken wir dann einen Befehl, das eine LED an- und ausgehen soll. Das erste Beispiel wird einmal sein, dass wir den Koordinator bespielen, dann einmal ein Endgerät und dann probieren wir mal aus, ob das auch mit mehreren Endgeräten zugleich funktioniert. Beispiele finden wir unter dem Arduino Core. Wir klicken dann auf Libraries und hier sollte es den Ordner ESP32 geben. Da gibt es jetzt Examples und dort drinnen finden wir dann auch hier die ZigBee-Beispiele. Und dieses ZigBee-Beispiel gibt es jetzt jeweils zwei, einmal mit Switch and Light Bulb und einmal mit dem Temperatursensor und Dermostat. Ich habe ehrlich gesagt jetzt einmal nur diese Variante probiert und die werden wir jetzt nachbauen. Die Idee ist jetzt, dass wir zuerst einmal einen Light Switch brauchen, das wird jetzt unser Koordinator sein. Das heißt, von diesem ESP werden wir ein ZigBee-Signal quasi aussenden, um dementsprechend dann auf dem Gegenstelle eine Aktion zu setzen. Hier steht noch einmal im Text, was dann alles zu tun ist, was wir uns jetzt da Schritt für Schritt anschauen. Wichtig noch einmal, wir brauchen einen C6 oder H2, damit die Unterstützung funktioniert. Dann machen wir mal dieses Beispiel auf und das können wir jetzt einmal eins zu eins einfach kopieren und in unsere Arduino IDE zum Beispiel reinladen. Und das Schöne ist jetzt an diesem ESP32 H2, es gibt wahrscheinlich ein C6-Development-Kit auch, dass es schon out of the box funktioniert, weil hier dieser Boot-Button jetzt, wie eingangs schon erwähnt, eben umgemappt wird, damit wir den verwenden können. Wenn wir jetzt da mal ein bisschen runterscrollen, sehen wir einiges an Code. Was für uns vielleicht noch wichtig wäre, ist da diese Zeile 64 und 67, weil hier können wir zum Beispiel angeben, wie viele Endgeräte dann dieser Koordinator maximal verwalten soll. Und spannend wäre vielleicht auch noch der Endpoint, wenn wir mehrere ZigBee-Kommunikations- bzw. Koordinator haben, dass wir hier vielleicht auf einen Kanal switchen. Ansonsten scrolle ich da jetzt einmal durch. Wenn man sich das jetzt einmal anschaut, dieser Koordinator hat einmal die dezente 270 Zeilen an Code. Das heißt, es ist jetzt auch wirklich nur von der ESB-EDF umgemodelt worden, damit das jetzt einmal in der Arduino-Welt auch funktioniert. Ich finde, da muss natürlich noch einiges gemacht werden, damit es handlicher bzw. einfacher dann auch zum Verwenden geht. Nichtsdestotrotz können wir das jetzt einmal raufladen auf unseren ESB. Und damit es funktioniert, müssen wir jetzt zuerst einmal das Modul auswählen, welches wir haben. Das ist jetzt bei mir ein H2. Und sobald wir das gemacht haben, haben wir jetzt hier in unserer Arduino IDE dann auch die aktuellen ZigBee-Einstellungen. Und da müssen wir als erstes einmal in ZigBee-Mode und da müssen wir den Koordinator einstellen. Punkt 2, was wir ebenso machen müssen, ist die Partition-Scheme umstellen auf ZigBee, 4 MB, damit dieser ganze Code dann da quasi auch Platz hat. Ebenso jetzt beim Koordinator würde ich empfehlen, diesen Core-Debug-Level auf Info zu gehen, damit wir dann auch sämtliche Informationen von der ZigBee vom Koordinator dann auch auf unseren Serial-Monitor ausgegeben bekommen. Ja, und that's it, mehr brauchen wir jetzt für den ersten Test einmal nicht machen. Das dauert jetzt ein paar Momente, bis dieser Sketch dann raufgeladen ist. Und dann sehen wir im Grunde nur einmal, dass sich das Ding auch einschaltet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf den Boot-Button draufklicken, dann sehen wir, dass wir hier ein On-Off-Toggle-Command senden. Und wir kriegen wahrscheinlich jetzt dann Fehler retour, dass E oder beziehungsweise ein OK, dass dieses Signal ausgesendet wurde. Das ist schon einmal gut, somit haben wir jetzt unseren Koordinator einmal eingerichtet. Nächster Spaß, wir springen in die ZigBee-Light-Balb hinein. Das ist jetzt unser Endgerät. Gehen wir da einmal rein. Und diesen Code kopieren wir uns wieder rüber. Und was ich jetzt ändere in diesem Code, das schauen wir auch einmal ganz kurz durch, das sehen wir auch, in diesem Light-Balb haben wir jetzt schon dezente 160-Zeilen-Code. Und auch wieder einige Zeilen, wo auch Einstellungen gemacht werden können, wie zum Beispiel hier. 34 bis 39 sehen wir noch Inhalte, die wir dann eventuell noch ändern können. Aber ansonsten würde ich jetzt einmal die Grundeinstellungen gleich lassen. Das Einzige, was ich jetzt da noch ändere, ist, dass ich hier beim Fire Beetle die LED-Pin auf 15 ändere. Das ist jetzt einmal drauf. Dann stecken wir da den zweiten auch noch dazu. Dann wird das jetzt ein Kabelwirrwarr. Schauen wir mal, ob wir die richtigen USB-Ports finden. Fire Beetle 2 ist eingestellt. Jetzt müssen wir umstellen. ZigBee-Mode ist jetzt ein End-Device. Partitionskriegen ebenso wieder auf ZigBee. Und hier kann ich den Core-Level von mir aus auslassen. Der ist mir eigentlich egal. Dann wählen wir den richtigen USB-Port aus. Probieren wir mal. Sieht vernünftig aus. Und dann schauen wir mal jetzt hier beim Coordinator retour. Denn rein theoretisch müsste jetzt hier dann auch was daherkommen. Jetzt haben wir es gesehen. Ich starte da noch einmal den Fire Beetle neu. Das heißt, das ist unser Endgerät. Und der Coordinator da herinnen kriegt jetzt hier dann automatisch das Signal, dass sich ein neues ZigBee-Gerät da in der Nähe findet. Das ist die Adresse, die wird auch automatisch vergeben. Und somit sollte das jetzt schon gekoppelt sein. Das heißt, wenn ich jetzt auf diesen Boot-Button klicke, dann wird jetzt hier diese LED, was wir auf dem Pin 15, glaube ich, gemerkt haben, dann angehen. Und somit haben wir schon einmal die erste ZigBee-Fähigkeit gemacht mit unseren ESB-H2. Und das ist ebenfalls ein C6. Ich habe jetzt diesen gleichen Code noch einmal auf den ESB-Beatle-C6 gespielt. Und wenn ich den jetzt einstecke, sollte hier wieder eine Meldung beim Coordinator kommen, dass ein neues Gerät detektiert wurde. Dann schauen wir, ob das auch passiert. Zack, mit einer neuen Adresse. Hier sehen wir auch Found Light, Try to Bind On Off, Bound Successful. Und wir sind drauf. Und jetzt hier nochmal draufklicken und wir kriegen, da ist es nur leicht zu sehen, weil ich die interne LED verwende, Aus, Ein, Aus und Ein. Funktioniert also hier in Echtzeit tadellos, so wie wir das auch von MQDT zum Beispiel kennen. Dann probieren wir, ob das auch mit drei Endgeräten geht. Ich habe jetzt da den ESB-32C6 von Seed Studio. Den habe ich jetzt erst seit ein paar Tagen bei mir. Habe den gleichen Code draufgespielt, ist nur, dass ich jetzt hier auf dem Pin D7 meine LED habe. Und dann switchen wir mal rüber zu unserem Coordinator. Wenn ich jetzt anstecke, dann sollte hier wieder die Meldung erfolgen, dass ein neues Gerät gefunden wird. Zack, ist da. Bound Successful. Und wenn wir da jetzt draufklicken, sind jetzt drei LEDs an. Schauen wir das uns jetzt nochmal in groß an. Das heißt, hier da die LED, die interne, die blaue. Und dann da nochmal klicken wir nochmal drauf. Gehen sie aus, an, aus. Ja, welch Spaß wir da wieder haben. Also im Grunde kennen wir das so wie von M-Code ID. Nur, dass jetzt eben das Ganze über ZigBee über den Coordinator dann quasi läuft. Gutes Fazit zur Integration von ZigBee in dem Arduino Core. Und der erste Test hat out of the box nochmal gut funktioniert. Natürlich sind wir jetzt in einer sehr frühen Phase dieser Integration. Das heißt, der Code ist jetzt noch sehr grob strukturiert. Es wäre natürlich feiner, wenn man das Ganze in einen Rapper legt, damit man wirklich jetzt nur seine Daten hin und her senden kann. Wie man das zum Beispiel bei M-Code ID kennt. Das wird wahrscheinlich dann auch kommen. Was mir noch ein bisschen fehlt, beziehungsweise kann ich es jetzt aus diesen Funktionen noch gar nicht so herauslesen, wären die richtigen Features von ZigBee. Das heißt, dass wir zum Beispiel im Deep Sleep höher gehen, weil der ESP C6 ist ja dann noch einmal besser im Deep Sleep. Wir reden ja von einigen Mikroampere gegenüber von C und S zum Beispiel. Und dann quasi auch dieses ganze Battery Management, dass wir hier wirklich unter Low Power Inhalte versenden können. Das wäre dann natürlich die nächste Stufe. Die wird sicher kommen, aber jetzt wahrscheinlich noch in der Early Phase noch nicht wirklich implementiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Herumexperimentieren von ZigBee mit dem Arduino Core und wir sehen uns dann wieder bei einem der nächsten Videos.